ja herzlich willkommen zu meinem fazit zum spiel fca augsburg gegen borussia dortmund mein gott war ich gestern niedergeschlagen nicht weil wir gegen die beste mannschaft deutschlands aktuell wohl verloren haben borussia dortmund hier auf jeden fall ganz ganz große glückwünsche an den bvb ich habe gestern schon im stream gesagt auch hier absoluter zuschauerrekord für mich persönlich wahnsinns tag irgendwo auch bei mir und ja es ist wirklich ein toller fußball den dortmund da in der ersten halbzeit gespielt hat da möchte ich dann später zu noch mehr sagen absolut glückwunsch nutzt diese große chance jetzt tabellenführer am letzten spieltag vorheimischen publikum das ding zuzumachen ihr werdet das denke ich auch zu machen glückwunsch hier von meiner seite hier und auch ganz tolle worte von edin terzic sehr viel respekt wie er sich da über augsburg geäußert hat es gab ja hier auch eine vorgezogene pk lauter tolle sehnen terzic hat die stimmung auch extrem gelobt in augsburg und drückt uns die daumen am spieltag jetzt am letzten spieltag in gladbach dass sie die klasse halten er sagt so ein verein gehört in die erste liga und für diese worte möchte ich mich wirklich auch ganz herzlich bedanken bei edin terzic toller typ toller mensch und ich gönne es dortmund wirklich wenn sie dieses jahr nach vielen vielen jahren den titel am ende auch in der hand haben weil es einfach verdient wäre ja aber ändert nichts an der lage dass ich so enttäuscht bin ja wir haben uns das einfach selber zuzuschreiben es liegt nicht daran dass sie enttäuscht spielen weil wir gegen dortmund verloren haben weil die leistung an sich gestern war kämpferisch völlig okay es liegt daran weil in dem moment wo wir hinten lagen wo dortmund geführt hat wir waren in unterzahl dazu später auch noch mehr kam ja einfach so backflash es ist so ich war einfach gebrochen weil ich wusste wie viele big points wir diese saison schon verspielt haben letzte minute gegentor gegen schalke zu hause letzte sekunde gegentor gegen wolfsburg letzte sekunde das sind so sachen und ich habe immer so angst von dem karma im leben wenn man so viele spiele einfach her geschenkt hat in den letzten sekunden wir haben ja so unglaublich oft der führung verspielt es ist davor habe ich einfach ein bisschen angst und was meine ich damit auch mit karma vf bochum trifft in der letzten sekunde gegen die hertha und tut sich damit am leben halten auf platz 16 und wenn sie ja auch hinter schalke und kann uns sozusagen auch dadurch nur überholen hätten sie das tor nicht gemacht wären wir eigentlich schon durch das ist für mich dieses karma wovor ich angst habe bochum trifft in der letzten sekunde wir kassieren nahezu immer oder sehr oft späte gegentor in dieser saison aber letzten endes hoffe ich einfach nicht dass uns das karma hier erwischt stuttgart und bochum müssten ja beide erstmal ihre spiele gewinnen und wir müssten verlieren dann wären wir auf platz 16 nicht anders es gibt kein anderes szenario bochum spielt gegen leverkusen das ist für mich machbar dass sie da gewinnen aber für leverkusen geht es auch noch um was gott sei dank haben aber jetzt auch keinen guten auftritt gegen glattbach gehabt zu hause und stuttgart spiel gegen hofnheim dieses spiel werden sie zu 90 prozent gewinnen darum gehe ich davon aus dass wir von stuttgart überholt werden außer wir gewinnen eben in glattbach was absolut möglich ist ja aber jetzt erst mal auch zum spiel selber leute zum spiel selber spiel statistik da müssen wir überhaupt nicht drüber reden 28 zu vier torschüsse laufleistung bei dortmund höher ist aber logisch weil wir auch lange in unterzahl waren gespielte pässe passquote bei uns bei 80 prozent auch mal sehr stark egal dortmund hatte phasenweisen chancen das hat man irgendwo auch erwartet man hat sich super durch kombiniert unfassbar kreativ auch im letzten drittel die dortmund hat mir wirklich mega gut gefallen was ich von ihnen gesehen habe da wirklich weiter als die bayern dieser die bayern die kommen mehr über das individuelle eins gegen eins auf dem flügel aber die dortmund haben wirklich spielwitz auch im zentrum spielen sich da super in die letzte linie durch und tauchen dann allein auf vom torwart auf ja soll ich die chancen hier noch aufzählen alle das war wirklich wahnsinn wie einfach einmal ade jemi in der zehnten minute wo rechts malen durchkommt man gott seinen ball nicht trifft dann steht hallea nach einem tollen ball von hummels auf brand brand liegt rüber kubek weltklasse parade gegen hallea wahnsinn wie er den rausfischt dann hat man noch zwei forstentreffer von süle von emre chan wir hatten einmal den steckpass auf julian brand der allein auf kubek zuläuft kubek kommt raus brand entscheidet sich für den schuss nicht vorbeizulaufen wieder top von kubek dortmund hatte phasenweise chancen hätte schon die führung gehen können auch vor der roten karte ja und ich betone es jetzt bewusst sogar vor der roten karte also die verdient gewesen aber diese rote karte vertretbar mehr aber auch nicht dabei bleibe ich vertretbar mehr aber auch nicht man kann sie geben aber sie ist wirklich hart und ich habe das auch aus der dortmunder fans hier gehört und war dann auch erleichtert dass viele hier enorm sportlich im sinne des sports hier auch sagen bohr das ist wirklich eine harte entscheidung gerade weil sehr spiele entscheidend in der ersten halbzeit hier rot zu geben wir haben dann auch vergleiche gemacht und haben auch viele dortmunder bei mir wäre das andersrum gewesen hätte ein augsburger hier in diesem moment diesen weg zum tor gemacht hätte es nicht rot für den dortmunder im verteidiger wahrscheinlich geben oder für den bayern im verteidiger hier gibt es einfach schon die ganze saison möchte jetzt gar nicht so viel eingehen weil von mir wird es eine analyse am ende der saison geben warum wir da unten stehen was ist ja passiert hier gibt es einfach diese brille das tendenziell gegen die kleinen gefiffen wird auch wenn die entscheidung vertretbar war war sie furchtbar hart furchtbar hart hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt und ich möchte mich da auch an viele dortmunder fans auf jeden fall bedanken auch bei mir im chat die dann auch diese fanbrille runternehmen und sagen aber ich habe auch von den fans gehört dass toxi ich habe es jetzt nicht gesehen toxi auch liebe grüße liebe grüße an dich auch gesagt hat für ihn war es eher kein rot zu hart finde ich toll wenn sich so einfach fans äußern das macht einfach gleich auch dortmund noch mal sympathischer sind natürlich nicht immer alle aber vereinzelte leute die einfach den sinne des sports hier verstehen warum ich sage das ist für mich maximal vertretbar aber nicht mehr und nicht weniger es war sehr sehr hart die rote sie zieht sich so die ganze so einfach dass so 50 50 entscheidungen tendenziell dann auch eher gegen meine augsburger gepfiffen werden und mir als fan tut das fällt das in der saison natürlich enorm auf und tut schon einfach weh aber trotzdem kann man die rote auch geben danach haben wir finde ich ein klasse fight geliefert haben wirklich probiert sogar in unterzahl sind wir dann ja in so einer phase nach dem 1 0 dann nach der halbzeit gekommen wo für dortmund wirklich so die füße begonnen haben zu zittern auf einmal gab es hier die großchance für cardona der nach einem super ball vom niklas dorsch also zuckerball herrlich hinter die kette gespielt und cardona steht allein vor tor vor kobe kriegt noch leicht so gegner druck aber muss er eigentlich machen dann steht es 1 1 und dann wäre es noch mal richtig spannendes spiel geworden hat er nicht gemacht kurze zeit später kommt noch mal berischer zu einem abschluss nachdem man glaube ein hummel stehen lässt schießt bisschen zu hektisch ab ins nirvana dem ball mit links schade das waren so die zwei aktionen die wir hatten da gab es auch noch eine flanke also da hat man so eine kleine druckphase in unterzahl oder muss man schon den jungs auch ein kompliment machen dass sie ihren tollen 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 kampf geliefert haben da habe ich das auch geschrieben toller toller kampf dann irgendwann war es halt dann auch klar das 1 0 hat uns dann einfach auch gekillt na dieser löse diese erlösung ball kommt von rechts rein maxi bauer ich weiß nicht was er da gemacht hat wollte den ball annehmen raushauen auf jeden fall ganz schlechter erster kontakt legt hallea den ball vom fuß der jagd dann den ball im winkel da hat dortmund dann 1 0 geführt dann war es natürlich für uns auch schwierig dass wir da überhaupt eine chance haben zurückzukommen war wahnsinn dann der zweiten halbzeit dann ganz spät kam erst die entscheidenden tore für dortmund weil sie sich wirklich schwer getan haben und dann sich auch viele entschieden haben einfach im eigenen ball besitze bleiben gar nicht auf krampf nach vorne zu spielen was ich auch verstanden habe und dann hat hallea noch mal ein tor gemacht am ende dann das 3 0 hier auch natürlich an sich tolle geschichte oder fußball schreibt da nämlich auch meine fc augsburg emotionen mal raus dass hallea jetzt so am ende das ist auch gerade so in fahrt kommt er die tore macht nach seiner schweren krebserkrankung gerade ihm finde ich kann man sowas dann auch gönnen dass er gerade hier auch die zwei tonne macht die dortmund zum tabellen für am letzten spieltag machen also ja sowas so geschichten schreibt der fußball und an sich sind es auch wirklich schöne geschichten auch wenn es für das augsburger herz an diesem spieltag auch weh tut aber ich gönne es ihm wirklich und ich gönne es auch im bvb ich kann es nur wiederholen weil insgesamt in dieser saison ist für mich gerade in der rückrunde dortmund die bessere manche als wenn wenn besser der manche als der fc bayern und es gab lange keinen anderen deutschen meister warum mal nicht dieses jahr ja tolle stimmung also ich ich habe es ja auch nur von daheim mitbekommen ich wäre gerne im stadion gewesen aber habe immer noch verschnupfungs erkältungssymptome leichte so geht man nicht ins stadion hatte wie gesagt dafür einen live stream absoluter zuschauerrekord ich habe völlig begeistert wo ich das im nachhinein gesehen habe selber im stream habe ich das ja gar nicht mitbekommen weil ich da nicht hingucke für mich persönlich läuft ja alles hier sehr gut seitdem ich das mache ja hier auf twitch diese zahlen schade dass ich dann so enttäuscht war wo so viele zuschauer da waren weil einfach dann man sich nicht wirklich so drüber freuen konnte dass so viele leute da waren weil einfach das fußballherz so geblutet hat dass wir am letzten spieltag noch um die klasse kämpfen müssen das ist für mich habe ich nicht erwartet ist an sich auch eine enttäuschung ist es ist kein erfolg der klassenhalt ist immer ein volk für den fc augsburg aber mit diesem tollen kader klar wir haben auch einen umbruch habe ich einfach ist für mich es einfach nicht erwartbar gewesen dass sie am letzten spieltag noch um die klassen um den klassenhalt zittern müssen oder zumindest um den relegationsplatz kämpfen in der hinsicht bin ich einfach schon enttäuscht aber es ist jetzt die lage niklas dorsch hat es für mich super gesagt dorsch wie auch einen lieben gruß falls du siehst und hörst jetzt haben wir wirklich ein endspiel jetzt müssen wir zeigen dass wir die nötigen eier haben um so ein spiel zu gewinnen oder halt für uns zu entscheiden hat der niklas gesagt und hat völlig recht der midowitsch hat es auch gesagt wir haben alles doch in der eigenen hand so ist es ja auch und in glattbach geht schon was so gut sind die dieses jahr nicht ja aber ganz großes kompliment an die stimmung hat ja auch terzic edin terzic gesagt es war eine grandiose stimmung in augsburg was viele sogar nicht mitbekommen wir haben sehr steil gebautes stadion was auch auf stimmung ausgelegt ist die stimmung kommt super an unten bei den spielern und im stadion es war sehr sehr laut sehr sehr toll stimmung auch umspiel um tolles wetter dortmund haben auch klasse natürlich supportet ihre mannschaft ja an die gleiche kompliment an alle die im stadion waren ihr habt wirklich abgefeuert gestern vermarsch gab es ja alles in weiß gekommen also das ganze drumherum war top aber das ergebnis halt nicht aber was hat man denn auch gegen dortmund erwartet ich sage selber ich hatte hoffnung dass wir was holen können weil wir gerade zu hause immer wieder top team schlagen wie den fc bayern ja auch dieses jahr gegen leipzig das 3 3 habe schon auch hoffnung gehabt dass vielleicht ein unentschieden gibt eventuell auch einen sieg für uns ich glaube immer daran dass für uns was gerade zu hause geht aber insgesamt aber an diesem tag der bvb eine hausnummer zu groß und wohl die beste mannschaft deutschlands aktuell es ist einfach die wahrheit auch an die bayern fans glaubt die müssen das so einsehen dass dortmund dieses jahr diesen ticken besser ist ganz großes kompliment möchte ich hier auf jeden fall auch noch an thomas kubeck machen der wirklich gerade jetzt eine phase erlebt man wo spieler wurden ja verabschiedet dazu werde ich auch noch mehr sagen gestern andere hahn ralde juri strobel und natürlich auch gieke witz habe ich aber auch schon ein video mehr gesagt das war auch natürlich so eine sache die einfach hier noch schön an diesem letzten heimspiel war aber kubeck muss man wirklich sagen nutzt gerade wirklich seine chance macht werbung für sich ob er jetzt am ende der saison geht dass diese leistung werden mehrere scouts gesehen haben weil dieses spiel hatte gestern unfassbar großes mediale interesse kubeck wirklich teufels leistung gestern auch vor dem 2 0 hält er noch mal weltklasse ähm ja entweder werden hier interessenten auf jeden fall da sein das wird 100 prozent der fall ist aber man entscheidet sich doch mit ihm noch ins nächste jahr zu dann bin ich natürlich sehr sehr gespannt thomas wirklich glückwunsch glaubt jeder fca-fan gönnt dir vom herzen dass du gerade jetzt so eine geile phase hast bei uns im kasten er kriegt gerade das vertrauen der mannschaft der fans und das zahlt er zurück weil auch ein kubeck hat einen sehr schlechten start als auch ein kopfmensch so wie ich ihn kennengelernt habe denkt viel nach und jetzt läuft für ihn gut emotional gut und schon zeigt er warum er damals auch so viel geld gekostet hat das war top gestern kontra wir waren defensiv enorm anfällig also in der ersten halbzeit war das wirklich enorm löchrig wir haben nicht dieses kombinationsspiel diesen spiel wird von dortmund in griff bekommen aber viele teams haben das in der zeit nicht ist aber trotzdem schon eine auffälligkeit gewesen dass es teilweise schon die abstände nicht gepasst haben wann rückt man raus die kette war nicht ideal abgestimmt auf diesen spielwitz auf diese auf dieses tempo von dortmund müssen wir wirklich besser werden gerade jetzt auch gegen gladbach das auch eine mannschaft die schon auch nach vorne kreative spieler hat und spielwitz hat wenn man ihnen raum gibt und die zeit wirklich stabiler werden und udo kai jetzt kommt der salat ist ja auch noch rot gesperrt jetzt am letzten spieltag da muss bauer und gube hier ja das ding hinten reißen für uns im zentrum abstiegskampf bis zum ende ist ein klares kontra wie gesagt ich habe es nicht erwartet ich finde auch mit diesem kader ist das auch nicht gut dass man bis zum letzten spieltag unten drin steht da muss man sich dann schon am ende der saison hinterfragen woran das lag warum wir so oft auch nach führungen und so schwer getan haben andere teams wiederum lucky punches so oft machen in den letzten minuten sie ist schalke und wir das nicht hinkriegen warum haben wir kein spiel mit mehr als einem tor unterschied gewonnen warum kriegen wir nach einer führung es nicht hin auch mal ein spiel zu zu machen warum sind wir nach vorne teilweise so ideenlos grad wenn es teams gegen teams geht wie stuttgart bochum und hertha in sechs spielen haben wir nur ein punkt da geholt leute es gibt viele viele gründe nach eigenen ball gewinnen viel zu unsauber im ball besitzt viel zu viele unnötige fehler macht man sie auch der abwehr schwer es will keine analyse hier machen aber ihr seht schon es sind viele punkte die uns hier hingebracht haben dass sie am letzten spieltag noch kämpfen darum dass sie auf dem relegationsplatz land können und da wird es eine analyse von mir noch geben ob es klassen halt ist immer ein erfolg in augsburg immer immer es geht für uns immer darum die klasse erst zu halten wir wollen aber langfristig ja auch haben wir auch von dem verantworten gehört in die top ten so mit kommen weil der kader und die planung die finanzielle struktur unseres vereins es her gibt wir kriegen tolle transfer hin momentan da hat enno maßen auch mit ein anteil dass so tolle spieler nach augsburg kommen er muss es aber wirklich schaffen diese jungs auf ihr potenzial auf dem platz zu kriegen sogar niklas dorsch hat sich ja geäußert dass wir ein tolles trainerteam haben also die mannschaft steht ja hinter dem allem was momentan passiert aber es muss halt auch auf dem platz passieren weil vom potenzial her ist diese mannschaft kein abschließt kandidat aber wir spielen teilweise schon sehr sehr wenig unkreativ nach vorne sind wir auch in sämtlichen statistiken unter den letzten drei bis auf sache effektivität vom tor und die rettet uns dieses jahr wirklich auch den klassenhalt wenn es am ende reicht und da muss eine klare analyse am ende der saison hin man muss sich dann fragen welchen fußball wollen wir nächstes jahr spielen welche spieler braucht es dazu und etc es ist wirklich viel zu tun und die rote karte war natürlich hart vertretbar ich bleibe dabei ich finde es sehr sehr hart dass wir die bekommen haben ich glaube das ist andersrum das zum beispiel für wer diese szene passiert für dortmund hätte es wahrscheinlich nicht rot gegeben wer diese szene passiert für bayern oder leipzig hätte es gelb gegeben oder fingerspitzengefühl würde gezeigt werden ist so mein gefühl haben auch viele mir so bestätigt nicht nur augsburger und andersrum gibt es halt gleich knallhart die rote und für uns geht es ja auch um was ja nicht so dass wir diesem spiel da nicht hoffnung hatten dass wir was holen es stand ja da noch null zu null leute dementsprechend lässt mich die rote karte auch mit einem weinenden gesicht zurück nachdenklichen gesicht weil doch viele 50 50 entscheidungen dann immer wieder mal gegen uns entschieden werden naja ist jetzt so gekommen muss man wohl irgendwo auch als kleinerer verein mit leben es ist wie es ist und ja ich möchte mich hier auf jeden fall noch auch an alle mitglieder hier noch auf youtube bedanken und an den grandiosen support über das ganze jahr wie gesagt gestern auf twitch das war ja absoluter wahnsinn wie viele leute da da waren da auch viele abonnenten dazu bekommen unterstützt mich ja da auch finanziell genauso wie hier die ganzen abonnenten die hier für ein euro die mitgliedschaft abschließend zwiebelrock sogar bronze vielen dank leute hilft hier auch meinem youtube-algorithmus dass mehr leute auf meinen kanal aufmerksam werden mit dem ganzen nicht nur mit dem euro das ist wirklich immer eine tolle geste wie viele menschen sich hier wirklich auch mich unterstützen viele nette worte auch aus allen fände lagern die man kriegt wir machen ja auch diesen bundesliga kanal mittlerweile wo auch viele fans die nicht augsburg fans sind mein content begrüßen und das freut mich von ganzem herzen dass ich einfach meine leidenschaft den fußball hier auf youtube und auf twitch ausnehmen kann und so viele menschen mir ein positives feedback geben da kann ich euch nur vom herzen danken es ist ja auch mein erstes jahr das jetzt nächste woche eventuell zu ende geht vielleicht auch erst in zwei wochen wenn wir die relegation müssen also ich muss dafür sagen ich selber genieße das ganze auf eine unglaublich spezielle art es macht mir unglaublich viel spaß alles hier für euch zu machen gerade auch für meinen augsburg fans aber auch der bundesliga kanal ich liebe die bundesliga ich hätte darauf verzichten können dass wir jetzt am letzten spieltag ja da werden wir einen stream wahrscheinlich ab 14.30 Uhr starten alle spiele sind um 15.30 Uhr wir werden jetzt nochmal eine endspielkonferenz haben live auf twitch werden wir uns das geben werden wir nochmal voller stress voller emotionen uns zusammen angucken wir werden beten müssen hoffen müssen zittern müssen bis zur letzten sekunde verspannung her ist es natürlich besser für leute die das brauchen ich als augsburg fans wäre gerne raus gewesen hätte die konferenz entspannt mit euch live gestreamt aber so ist es halt nicht wir müssen jetzt auch zittern und falls es dann wirklich soweit kommt ich werde in laufe woche viele videos machen wir müssen auf heidenheim hamburg auch schon mal gucken was sie machen da geht es ja auch noch um platz drei stand jetzt ist es sehr wahrscheinlich dass es hamburg wird weil heidenheim in regensburg spielt und ich denke da den aufstieg fix macht und ja der 16 der wird wohl gegen den hsv spielen müssen es kann sein dass wir uns noch auf zwei spiele vorbereiten müssen dieses szenario ist wie gesagt möglich weil ich definitiv stuttgart den sieg zutraue gegen hoffenheim für hoffenheim geht es um nichts mehr hier ist der klassenhalt fix hier auch nochmal glückwunsch und stuttgart spielt ein heimspiel können den sack zumachen jetzt glaubt die gewinnen das und bohom traue ich durchaus in leverkusen auch eine sensation zu am let's spiel davor eigenen publikum also wir müssen mal davon ausgehen dass wir eventuell auf jeden fall also wir sollten eh nicht so viel auf die anderen gucken wir müssen schauen dass wir in glatt beim punkt holen dann müssen wir auch gar nicht mehr rechnen meine herren und damen ja in diesem sinne danke fürs zuhören glückwunsch wie gesagt an den bvb macht wirklich das beste draus aus diesen drei punkten ihr habt jetzt die chance dann nutzt sie bitte auch wenn ihr schon in augsburg gewinnen musstet um erster zu werden am letzten spieltag und mich hat es einfach gefreut dass einfach gestern so viele zuschauer nach augsburg geguckt haben auch weltweit war dieses spiel natürlich vom großen interesse alle waren in der wwk arena und ich glaube wir haben uns sehr sehr stolz verkauft zumindest gestern wir müssen uns nicht schämen mit roter karte haben wir wirklich noch fast dortmund ins wanken gebracht mit etwas glück schießen als 1 1 dann hätte man vielleicht so etwas mitnehmen können in unterzahlung darauf bin ich schon stolz und auf einfach alles was für gestern passiert ist und ja in diesem sinne heads up kopf hoch und lasst uns mental uns auf den letzten spieltag vorbereiten es wird diese woche denke ich viel content noch von mir geben es wird jetzt keine analyse zum trainer geben oder so leute am ende der saison alles es gibt punkte über die wir sprechen müssen lasst uns bitte zusammenhalten jetzt noch bis glattbach und hoffen dass wir da den sack zu machen am ende ist genug zeit über alles bei ganz so noch mal ein fazit zu ziehen so ein bisserl habe ich ja schon sachen angesprochen aber lasst uns zusammenhalten in die woche werde ich schön 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 viel schauen dass ich für euch mache ich habe urlaub wie gesagt und es wird viel content geben danke für alles daumen nach oben wird mich extrem freuen eure meinung zur lage in die kommentare warum sind wir da unten wo wir stehen schaffen wir es und dann sage ich servus augsburg und nach dortmund und nach überall wo zugeschaut wird tschau tschau